weiter geht's, kann ich jetzt wieder speichern bitteschön, nein Arsch, Sackgesischt, du dummer Sau so ich glaube ich werde mal meine Pistole wieder, äh, mein Messer, ja so, jetzt, oh Mann, ich hätte das gewusst, ich hätte, ihr könnt auch nie entscheiden, wisst ihr das die sind blau, also brauche ich rot, magische Seiten, so, jetzt haue ich euch die Lunte ab, BÄM, BÄM so, ah nicht, die sind blau, oh Mann, ich hätte grün gemacht, ach, ich bin doch so blöd keine Ahnung, dass das nicht so viel wirkt, oh nein, 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 okay, der ist jetzt blau, er baue ich grün, und ich glaube, ich nehme gleich einen Schutz, diese Sprüche, Aufhebung, unsere Leerung, grün, ja, grün, gut, ist egal, und nochmal, ich glaube, ich nehme diesmal, wieder meine Pistole, was habe ich dir? so, dann komm mal, so, zieht mich das ab, ich bin im Schutzschild, du Arsch, äh, hallo? ich hoffe, wenn es nichts bringt BÄM, und nochmal BÄM, und nochmal BÄM, und nochmal BÄM, und nochmal BÄM! Wie sieht's aus mit unserer Gesundheit? Ja reicht noch. Kann ich jetzt mal speichern, bitte schön? Hä? Ist doch kein Gegner da? Lass mich speichern. Dankeschön. Noch mal will ich nicht alles noch mal machen seit einem anderen. Okay. Mir fehlt immer noch eine Rune. Autsch, das war mein Körper, okay, Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab und Kopf ab, was ist das, das dauert mir zu lang, was haben wir an der Fackel, Autsch, so, wie sieht es aus mit unserer Gesundheit, wir können ein bisschen Dex gebrauchen, und, ja, und, ja, Stauwedel, yes, haben wir jetzt die Rune, na, wir brauchen doch die Rune, verdammt nochmal, wo ist denn die versteckt, ja, ihr kennt's, ne, ihr kennt's, was ist denn hier los, ah, ja, das Bild, kennen wir ja, ja, das ist der blöde Rune, ich hab doch gar nichts aktiviert, halt doch nicht so kleinlich, kommt ein Gegner oder nicht, ja, Schweine, ihr, ja, ich geh ja durch, halt auf zum Motzen, durch, 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 ihr nervt, 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 so, erstmal, Item verzaubern, so, mal Köpfe abschlagen, dann heilen, die Köpfe wieder haben, so, äh, ja, geht doch, flatsch, flatsch, ouch, dann schon wieder heilen, vielen Dank, flatsch, und flatsch, und heilen, so, hier ist nichts mehr, oder, ich brauche eine Rune, eine Rune, okay, was, mag, das kriege ich hin, das kriege ich hin, Rune, keine Rune, wo ist denn die, aus der Welt wieder was, oder was, ja, 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 da ist sie, gib her, nicht du, ihr nervt, wisst ihr was, ich kann doch die anzünden, ja, nur Haut und Leder und was auch immer, komm doch mal hin, oder du, ja, und du auch, du sowieso, Incentkill, geht doch, hei, 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 ok, dann gehen wir wieder alles nach oben, Aber irgendwie sendet ihr oder was? Ich brauche alles alleine. Sicherheitshalben heilen wir uns gut. Also wird es uns doch schon viel besser. Ihr wisst ja wo wir hin müssen, alles wieder nach oben. Speichern ist sicher, ihr könnt mich mal ein. Ist das Speichern sicher? Nein. Zack, es ist. Eigentlich hätte ich hier gerne mein Messer. Wir gehen jetzt hier nach oben. Das tun wir uns an. Ich kann mich gut durchschlängeln, oder? Kann man nichts sagen. Ich sehe jetzt wieder K.O. Du hältst nichts aus. Kein Indiana Jones, du! Das war gar nicht gut für meine Gesundheit. Alter, lass mich doch! Los, los, los! Heilen, heilen, heilen! Reichen noch mal. Gut, sollte reichen. So, ausreichen. Durchmogeln. Durchmogeln. Ah, verdammt! Nein! Oh, das war knapp. Nur nicht auf die Falle treten. Kann ich jetzt mal speichern, verdammt nochmal! Dankeschön! Hei, 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 hei! Doch, war! Könnt ihr auch schneiden, aber ne! Was tun wir uns an? Was tun wir uns an? Jetzt geht die Brust aus! Ei, ei, ei! Äh! Wo war's, wo war's, wo war's? Nicht hier! Ja! Autsch! Autsch! So meine Lunge! Die ihr da durchbohrt! Nicht gesund! Nicht gesund! Ja, man muss schon ziemlich Backpacking betreiben, da wir! Aber es lohnt sich! Wo war's jetzt? Wo war's die Scheiße? Sorry! Ah, ich klatsch einfach doch alles durch! Jo, nee, hast du's dann! Ja, lass ich doch gleich köpfen! Ja! So, nochmal! Das war die Reichen! Junge! Wo ist jetzt das Gehöft? Da waren wir schon mal! Alter, ich weiß nicht mehr, wo sie ist! Da ist es! Müssen aber nochmal zurück! Alter, ich will hier nicht in die vergiftete Luft rein! Dann ist er wieder weg! Oder? Sag mir, dass sie weg ist! Sag mir, dass sie weg ist! Nein, nicht! Okay! Okay! Ach, ja! Das ist das! Das ist der Schalter da! Stimmt ja! Gut! Gas abgestellt! Okay! Dann tun wir's jetzt! Äh... Neuespruch brauche ich! Neuespruch! Nimm mal den... Uljaot! Okay! Tier und... selbst! Ne? Doch! Wie war's denn schon wieder? Ach ne! Kiatou und Tier! Rufen! Vor allem rufen! Ne doch! Gut! Noch nicht offiziell entdeckt, aber spielt da keine Rolle! Wir sind jetzt in einem Schutzschild! Und haben einen Trepper auf unserer Seite! Den wir aber nur benutzen, um... Ja! Damit können wir teleportieren! Schön, oder? Pokémon! Komm! So! Dann gehen wir mal hier durch! Aktivieren! Das hier! Und das hätten wir dann! Und auch noch reinzuholen! Gut! Gut! Ich glaube jetzt... Irgendwann hier werde ich mal... Kann ich den nicht zahlevisieren? Nein! Aber den, oder? Auch nicht? Na gut! Einfach so! Sterben, oder? Ja! Gut! Yes! Eine Rune! Mit dir können wir alles andere rufen! Ja, ja! Moment, 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 Moment! Ähm... Rot! Leserische Sprüche! Isolierung! Jetzt haben wir eine vierte! Was? Mach doch auf! Machen wir es halt so! Komm doch schon! Komm doch schon! Sollst herkommen! Alter, ist das ein Weirei! Ist gereicht! Patsch! 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 So! Machen wir es halt so! Isolierung! Patsch! Ah! Du bist so ein Arschloch! Tapp nochmal! Ja, 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 ja! Die nerven einfach eins! Geht's jetzt? Kotzen da nochmal, ey! Mal einfach zum Kotzen! Äh... Elefangenbüchse, 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 Elefangenbüchse! Oder... Ne! Ah, was nehm ich denn da? Autsch! Alter, ne! FALT! Ich tue mir heute keine gefallen! Ei, ei, ei! So, habe ich jetzt... Mal wieder wissen was! Erstmal heilen! Ich zeig euch dann, was es besonders ist! Ich glaub ich könnte mal... Die Flinte verzaubern! Gut! Ich werde gleich auch noch... Mixen! Yes! Läuft! Speichern vielleicht auch noch? Speichern ist möglich! Juhu! Jetzt wieder! Tch! Machen wir schon weit! Autsch! Arschloch! Und das war's schon! Wenn wir schon dabei sind... Nach den anderen, dann haben wir's hinter uns! Hallo! Geht doch! Na? Dann sei halt wieder K.O., du Schlappschwanz! Gibt's doch gar nicht! So... Jetzt haust du den mal eins! Meine Güte! Ach, ich habe keine Munition mehr oder was? Doch, natürlich habe ich... Wieso zu dumm nachladen oder was ist los? Äh... Wieso lädt der nicht nach? Ist der dumm oder was? So... Geht doch! So... Und die Rhone gehört auch noch dazu! Na so! Mantorock! Jetzt mache ich da mal was anderes! Lissige Sprüche und Schnellspruch! Äh... Magisches Item... Zuordnen... Mit... Mantorock! Dann... Erholung! Braucht's auch nur einmal mit Mantorock! Nehmen wir... Hier! Und sonst... Haben wir eigentlich... Ich glaube ich nehme noch... Isolierung! Zuordnen! Ich glaube da wird man sogar unsichtbar! Mal schauen, was ist eigentlich passiert! Das ist nur noch nicht... Und... Na ja... Und nicht mehr selber schützen! Ja, aber jetzt haben wir es rund... Unnötig! Ist eine Platte eingelassen... Sie ist kreisel... Und mit einem... Und wenn wir uns jetzt heilen mit der Mantorock, was wir nicht können, weil wir zu wenig Energie haben, äh, Magie. HALTER, BIST UNWEICHEI, jetzt mach doch mal. Dann füllt es uns alles auf. Bist du uns also Magie, kann es ja nicht. Gut, äh, ja, ich habe heute noch was vor, das wollte ich euch zeigen, wir speichern kurz. Und es geht dann sofort nach dem Schnitt weiter, beziehungsweise, äh, kann ich das Item auch verzaubern? Ja, machen wir es nochmal. Also, der Linse ist echt ein Weichei, kann ich jetzt speichern, bitteschön. Dankeschön, wir sehen uns gleich wieder nach dem Schnitt.